meine güte hat war wirklich kein spaß war hier zu schlafen will ich mir auch nicht vorstellen ok lasst uns hier einmal schnell umgucken gucken ob diese drecks kinder noch mal irgendwas getroppt haben das uns vielleicht hilft ein bisschen wieder uns an der p herzustellen logischerweise anderen sachen und das gute ist wir haben genug zeug bisher gesammelt dass wir ohne probleme med kids nutzen können noch sofort wieder welche herstellen ich gehe davon aus dass das auch nochmal so eine art living area gewesen sein soll das waren wieder explosive das ist healing das ist ein baseball schläger oh ja sehr gut was kann man wirklich gut gebrauchen so und jetzt herausfinden wo man nicht lang gehen darf ich will logischerweise noch ein bisschen nicht vorher umgucken sonst haben zu sehen dass hier wirklich einfach einige tot sind wo man nicht ganz klar sagen kann warum das der fall ist also wirklich leute gibt die halt gebissen werden aber halten nicht ganz infizierten werden können oder wurden die erschossen bevor sie es werden konnten das ist offensichtlich des shower rules conserve water a five secondary relay ther shower be soap up 10 second rinse do not leave personal items behind because it's to others and police after yourself violation of the above will result in automatic termination of shower privileges ex jetzt willst du eigentlich aber auch fast nicht selber erzwingen müssen irgendeinen stinky boy zu haben interessanterweise hier zum beispiel eine kiste die jetzt leer ist die wir normalerweise hätten um upgrade parts zu bekommen bzw neue level ups zu bekommen dafür es ist dann zu sehen dass wir jetzt für die waffe so viel money bekommen meine frage ist ob wenn ich jetzt hier auf dem bogen zwischen wechseln würde ob wir irgendwann automatisch feiern bogen oder pfeile kriegen würden das wäre zumindest lustig wir sind von dort gekommen haben dazu ich mitgenommen da hinten war meines sachen sie nichts mehr die waren da drin jetzt gucken wir noch aber hier haben wir noch was wc roots cover waste with sawdust ja es gehen after yourself take your used how it's replaced shermic roots in the tanks do not trash do not put trash in the toilet save toilet paper bring water bucket clean after use remove waste tank this was war waste water close the door no cutting hair ja ich hoffe aus dass no cutting hair eine regel war die sehr sehr spät als hinzugefügt werden musste so kommt es zumindest rüber ok ähm wir werden nochmal heilen oh das ist overkill wir werden aber trotzdem ein neues medkit herstellen dürfen wir werden hingehen unsere waffen nochmal upgraden damit wir die ersten beiden instakills bekommen und dann kriegen wir hier gleich wieder zeug sehr schick das problem ist gerade so was wenn man sagt oh man hat ja sowas wie molotov cocktails yay yay brennende zombies ja das ist natürlich das problem du musst natürlich versuchen die nächste generation auf zu ziehen und die müssen ja auch zu einem gewissen grad sachen lernen und das ist nicht selbstverständlich wenn man nicht einfach so sagen kann auch ich habe einfach ein buch oder auch ich hole mir einfach was vom internet wie wikipedia und co so ja dann hier und ich auch protectors ja okay also hier ist vermutlich jetzt auch nichts mehr entsprechend kombo time schön oh oh ja keine gute idee run 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 dann hey push what achso oh andere tasse diesmal okay gut gut idea come on ellie nicht runterfallen oh runterfallen oh oh we safe wir sitzen immer noch im rennen hier ist zeug hier ist zeug hier ist zeug wir sitzen immer wieder hin zu kommen hat das was getan No, 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 no. Ah, okay, neuer Start. Ich habe nämlich davon ausgegangen, dass natürlich die, die sich ein bisschen cleverer anstellen würden. Das ist eine doofe Flasche, das ist der Monat. What are you doing? Don't run out there. What are you doing? Oh, hi. Äh. Ich muss mir raten, was ich wieder beißen lassen. Okay, das haben wir überlebt. Nice. Wenn man sich halt nicht selber Explosionen vor die Nase wirft. Wie geht's dir, little man? Das war ein nahes, oder? Ja, nicht einer unserer besten. Aber wir haben es geschafft. Immer hier umgucken. Zwar schon ein bisschen schade, storymäßig hier die erstmal stehen zu lassen, aber... Gerade wenn man dann doch so ein bisschen an Zeug verbraucht. Also ich denke, der Kampf war natürlich machbar, weil man gerade eben nicht sich um alle kümmern musste. Sondern im Endeffekt nur überleben. Okay, ich bin mal so feind, wenn da noch nichts irgendwie jetzt hier anfangen zu schnitzen und zu craften. Wir gucken jetzt erstmal, was auf uns zukommt. Und das sieht erstmal aus wie eine neue Neighborhood. Hey, schau mal da. Ja, was ich dir erzähle, hm? Okay, mal wieder ein Gebäude. Nice work. Okay, gibt es irgendwie so einen Weg, den wir hier gemeinsam einschlagen sollten? Oder wir gucken uns hier einfach nur um? Okay, wir haben hier Gebäude, in die wir hier reingehen dürfen. Natürlich so ein bisschen die große Frage. Wenn man hier auf Gegner... Oder mit Gegner rechnen müsste. Ich würde natürlich immer behaupten, ja. Ah, wie wir da stehen. Und das ist überhaupt nicht zu dieser Aussage. Okay, also wenn die sich natürlich hier hinterlassen... äh, niederlassen und hinsetzen... Na, ich machen aus, dass hier nichts passiert. Hooray! So, jetzt haben wir hier natürlich Explosionszeug. Gutes, wir müssen nur einen neuen herstellen. Weil wir einen geklaut haben, der da rumlag. Hier mal die Zürde, die ich zurücklassen muss. Das wäre ganz gut, wenn wir trotzdem so ein paar Healing-Gegenstände hier bekommen würden. Nachricht. Oh boy, da haben wir aber einiges. Another night, another shooting. I could see the mother flashes coming from the Carson's windows. I stayed up the entire night with the whole family in one room. I doubt anybody got any sleep. It's only a matter of time before the looters tried to break into our house. We have to get out of here. That skinny man approached us again. He traded more of his bullets for some of our food. He offered us to join him in his hideout. He says it's secure and more importantly hidden. Easily defendable is how he described it. He just said that the only reason why he trusted me is because I have kids. Well, that wasn't a good idea, was it? What was this place like, without infected? Well, that wasn't it. I can't even imagine it. Okay. Das ist natürlich doof, in so einer Welt aufgewachsen zu sein. Okay. Ab dorthin, wo man nie hingehen möchte. In den Keller. Ha, naja, hier geht's einfach nur wieder raus. Cloth, das ich nicht nehmen darf. Weil ich gerade zu stingy bin, mir ein Mad-Kit einzupreifen. Ja, man könnte es eigentlich trotzdem machen. Ich würde trotzdem ganz gerne eher erstmal hier umgucken. Aber, okay. Dann verbrauchen wir es halt einfach. Gerade vor allem, weil, glaube ich, beides hier herumliegt. Ja. Genau. Und jetzt wollen wir mal gucken, was hier draußen noch ist. Ey, wir konnten hier nämlich von der einen... Oh. Da hinten ist Licht. Das ist ein bisschen interessant zu sehen, dass hier so ein bisschen mehr Freiraum gegeben ist, wie man sich hier voran bewegt. Man kommt nämlich von hier runter. Ich würde trotzdem sagen, dass wir dann überlegen sollten, erst nochmal die... Erstmal hier hoch. Mal gucken, ob es nochmal hier irgendwas gibt. War da was? Ja, okay. Aber hier nochmal zu gucken. Achso, das ist die Küche jetzt? Alles klar. Lass uns vorne nochmal rausgehen. Straße entlang. Und dann geht es vermutlich eh nach rechts. Um dann zu dem eigentlichen Bereich hinzukommen. Aber gerade hier solche Bereiche zu überprüfen. Okay. Okay. Okay, ich glaube. I have a gun, you loot, I shoot, will shoot to kill. Oha. So, t... Weiß ich überhaupt, was Barbecues bedeutet? Don't drink at's tea, it was the virus. Ja, da sind hier auch so ein... I'm armed, no trespassing, will shoot on site. Also hier irgendwelche Sachen wieder an die Wand. Da kommen wir schon ein bisschen... Will shoot on site. Lots of friendly people lived here. First few months after the outbreak, they had a lot of loot. Everyone got paranoid. You remember any of that, Joel? Yeah, everyone barricaded themselves in their homes. And supplies started running low. That's when you saw what people are really capable of. Everyone for himself. What are themselves? Ja, wie gesagt, das hat immer... Zumindest ich persönlich finde es immer durchaus nicht interessant. Nur, dass man sagt, oh, ich muss selber durchplanen und kaufe Zombies, Survival Guides oder ähnliches. Aber trotzdem halt so der... Interessante Aspekt, wie Menschen sich verhalten würden, wenn solche Sachen passieren würden. Oh, Töge! Wo auch immer ihr gerade Doggies gesehen habt. Ich. Oh, da hinten. Hmm. What is this? Oh, and this is an ice-cream truck. An ice-cream truck? Yeah, Henry told me about these. They sell ice-cream out of a truck. What? No way, Joel? That's true. This thing drive around and play real loud, creeping music and kids would come running out to buy ice-cream. You're totally fucking with me. Mm- terrified. Ha! Man, you lived in a strange time. Told you so. Ich meine, das ist trotzdem eine bessere Zeit, als damit zu rechnen, dass man immer von irgendwelchen Viechern, Gegnern, Menschen oder ähnliches angesprungen wird. Okay, hier ist natürlich offensichtlich, da dürfen wir mal ganz kurz ein wenig kraften. Ich denke, wir sollten zumindest mal gucken, jetzt wo man das Upgrade nochmal bekommen hat, ob man nicht mal nochmal irgendwas macht. Vielleicht sollte man auch überlegen, hier wirklich jetzt einen zweiten Holdster für eine Pistole zu haben, damit man natürlich zwischen der Shotgun und Tarsich der Pistole wechseln darf. Gibt es einen Grund, das Ding zu upgraden? Man sollte definitiv Clip Capacity nehmen, denn zwei Schuss auf einmal ist nicht wirklich viel. Umsonsten würde ich mich eigentlich schon fast eher darauf freuen, wenn man die Möglichkeit hätte zu sagen, hey, mehr Schaden, aber so funktionieren natürlich Waffen nicht. Draw Speed. Also ich bleibe dabei, dass wir den Bogen eher nur in Situationen nutzen, wo wir Gegner in Ruhe ausschalten können. Clip Capacity. Das würde wenigstens dazu führen, dass man Armor Piercing... Ich glaube, das müssen wir wirklich genau jetzt langsam überlegen, denn wir haben gesehen, dass wir immer wieder auf Gegner gestoßen sind, die gerade... Rounds Fight by the Weapon Deal Mode... Okay. Er ist eh mit dem nächsten Upgrade möglich, aber trotzdem... Auf jeden Fall hier so ein paar Sachen Upgraden ist meistens gar nicht so dumm... Reload Speed... Ist alles nicht so wichtig, meines Erachtens. Deswegen will ich natürlich jetzt auch nicht hier übertrieben viel wieder ausgeben. Increase the Range of the Weapon. Ist immer so die Frage, was will man mit Increase the Range? Mir ist eigentlich eher wichtig, dass der Spread kleiner bleibt, damit man mehr mit... ...auf einmal trifft. Ich denke, das können wir so oder so machen. Ich denke, das ist richtig. Ich denke, Reload Speed sollte man grundsätzlich immer machen. Wenn man so ein bisschen mit dabei ist. Und ja, von mir aus auch Recoil. Okay, mehr mache ich nicht. Ich denke, ich brauche wirklich nicht den Hotze zu machen, denn... Zu viele Waffen wollen wir eigentlich eh nicht auf einmal nutzen. So, gucken wir mal, wie sehr wir es bereuen, dass da jetzt Hunde sitzen. Aber erstmal hier oben nochmal gucken. Ist da nochmal was? Hier ist nochmal eine Hütte. Also ich gehe mal davon aus, dass wir Richtung... ...Doggies eben müssen. Das heißt, also hier ist erstmal noch alles... Wow! Es sah jetzt ein bisschen aus, als würde er auf uns losprügeln. Okay. Ist hier noch ein Weg nach unten? No, das ist einfach nur ein... ...perfekter Ort für den Schrank. Okay. Was habt ihr denn hier zu sagen? Father's Note. I will see you soon. Ja, und da gibt es natürlich zum Beispiel eine dieser Situationen, wo wir schon so ein bisschen darüber gesprochen haben, wie eventuell Leute sich in solchen Situationen verhalten, wo ja tatsächlich Wissenschaftler angefangen haben, das Word of Warcraft Event zu studieren. Und das während Wrath of the Lich King erschienen ist. Und da war nämlich auf jeden Fall der Witz, dass Spieler infiziert werden konnten. Und auch NPCs, glaube ich. Und Leute haben halt sich sehr interessant verhalten. Es gab Leute, die versucht haben, sich zu retten, indem sie irgendwo sich versteckt haben. Und dann halt versucht haben, nicht infiziert zu werden. Es gab welche, die natürlich dann halt Trollolol versucht haben, andere zu infizieren. Und das ist natürlich immer so ein Aspekt, der vermutlich wirklich existiert. Das soll ich sagen, okay, mein Leben ist jetzt für den Arsch. Ich nehme mich so viele mit wie möglich. Und... Aber trotzdem darf man nicht vergessen, es war ja nicht wirklich irgendwas auf der Linie oder irgendwelche Risiken gegeben, wenn man halt nur einen virtuellen Charakter hat, der infiziert war. Okay, hier ist sonst so weiter nichts. Inzwischen ist es dann zu sehen, dass man hier nochmal rauskommt. Das ist wirklich einfach nur hier hinten, ohne irgendwas noch. Ich muss eigentlich schon fast überlegen, ob man den Hunden nicht sogar ausweicht. Einfach nur, um Alarm zu vermeiden. Aber ich will trotzdem natürlich gucken, was mit den Hunden ist. Ob die auf einmal irgendwie neue Gegnerart darstellen sollten. Wäre zwar schade, aber... Yay, nice. So, was haben wir da eigentlich diesbezüglich? Äh, ist anybody else hungry? Yes. Äh, das ist. Du brechst, wenn wir die Radios rauskommen. Ein bisschen schade, dass die Subtitles nicht in dieser Situation aktiv sind. Ich gehe davon aus, man würde vermutlich irgendwelche Dialoge bekommen, wenn man tatsächlich auf die schießen würde. Aber halt. Das ist mir. Das ist mir. Das ist mir. Das war zu erwarten. So, hier ist sonst soweit nichts mehr. Bambit? Ja, da waren wir oben, genau. So, hier waren wir noch nicht. Das ist nämlich die Seite, die hier unterbrochen ist. Hier haben wir nochmal einen Ziegelstein. Wir haben noch eine Glasflasche, die ist vermutlich... Also, wie so, ich würde vermuten, dass die FFV-Center ist bei solchen Situationen, wo es darum geht. Moment, ist Wyoming nicht das Bielefeld der Staaten? Und natürlich muss ich auch wieder fragen, wo die Hunde hin sind. Okay, ihr habt mich mit deinen Donner-Talk. Es ist Zeit, die Sprecher zu machen. Was ist das? Juste mit mir. Oh, Mann, hier geht's. Du willst ein Sprecher über Pizza? Nichts, es war zu schädig. Ich verstehe. Ja, ich auch nicht. Was die Green Grape sagt, die Purple Grape? Breathe, du Idiot. Das ist so dumm.